so liebe leute tag 15 in schweden seit der letzten aufnahme sind schon fast glaube ich 24 stunden vergangen es ist so viel passiert in diesen 24 stunden das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ich bin schwer so im tatendrang dass ich immer vergesse die kamera mitzunehmen aber jetzt habe ich daran gedacht jetzt habe ich die kamera endlich genommen so was wir jetzt gleich als erstes machen ist und man sieht es wahrscheinlich fast gar nicht ich baue hier ein provisorisches abdach über die terrasse damit ich hier endlich mal eine arbeitsfläche habe und wenn es regnet auch trocken bleibe das ist ganz ganz wichtig was ist gestern passiert ich wollte habe gestern die erste osb platte hochgebracht die wir zurecht gesägt haben die hat nicht gut gepasst der winkel vom dach war nicht der winkel den ich geschnitten habe das muss ich dieses mal noch mal anders ausmessen aber es ist immer noch überlappend das ist immer noch in ordnung aber nicht perfekt dann hat es ganze zeit geregnet da dachte ich mir okay kann jetzt nicht weiter sägen dann habe ich mich mit einer mit der plane auf die dämmung gelegt dass ich bis an die lüftung schlitzer ankomme die kann ich euch mal ganz kurz zeigen damit überhaupt wissen was ich meine wir haben hier um das ganze haus für den dachstuhl so lüftungsschlitze da war da war eigentlich mal ein lochgitter davor als sie das gebaut haben aber ich glaube so ziemlich jedes tier hat es geschafft dieses lochgitter weg zu beißen da sind mäuse hochgekommen ich glaube ratten hornissen wespen so ziemlich alle tiere sind da oben in den dachstuhl reingekommen die durch diesen schlitz passen auf jeden fall ist der schlitz wichtig damit luftzirkulation im dachstuhl stattfindet und sich kein schimmel ansetzt wir wollen aber natürlich den dachstuhl aufmachen also die runterhängende decke aufreißen und dann müssen natürlich auch die luft schlitze zu weil sonst die luft natürlich direkt in unseren wohnraum kommt deswegen musste ich mich bis zu allen schlitzen vor robben und die ausmessen und gucken wie ich das mache das hat dann auch gut lange gedauert bis ich beim vorletzten luft schlitz angekommen bin und plötzlich ein wasserschaden entdeckt habe da war ein brett von unten also von der innenseite zum dachstuhl hin nass und es hat auch schon schimmel angesetzt allerdings sehr punktual dann habe ich natürlich erst mal sämtliche projekte abgebrochen musste gestern bei schneesturm mitten in der nacht auf das dach rauf und gucken ungefähr wo das ist und ich bin der meinung ich habe es gefunden das ist wahrscheinlich so eine schraube womit dieses blechdach festgemacht ist diese schrauben haben so ja so eine dicht so eine dicht so eine dichtverdichtung drunter dass da natürlich kein wasser rein läuft und ich glaube da ist wasser durchgekommen dann die schraube runter ins holz und dann von holz zu holz runter bis es dann im dachstuhl war jetzt habe ich die schrauben ausgetauscht und muss das jetzt halt erstmal beobachten ich habe mir aber heute auch noch witterungsbeständiges silikon geholt was ich in die löcher rein baller und dann baller ich noch mal neue schrauben rein und dann muss ich gucken ob das trocken wird weil im dach an sich habe ich kein nichts gefunden es können nur die schrauben sein womit das dach festgemacht ist das ist halt der nachteil wenn man keine fun hat sondern so eine ganze paneele die mit schrauben festgemacht werden müssen naja heute das kann ich euch auch noch kurz zeigen heute kam meine 4g antenne endlich an mit zehn meter kabel die wollte ich hier draußen mal an den router anschließen und irgendwie ich weiß es nicht ich habe das an den router angeschlossen und plötzlich hat der router nur noch rotes licht angezeigt und jetzt geht der router nicht mehr die sim karte im router liegt nicht also wir haben ja über mobiles datennetz hier ein router also internet und wenn ich die karte mein handy mache habe ich internet im router nicht mehr an ich muss anscheinend irgendwie diesen antennenanschluss ja wackelkontakt drin verursacht haben oder so weil die kabel haben auch nicht so perfekt drauf gepasst die haben miteinander so ein bisschen sind aneinander gestoßen weil die zu das schraubgewinde ein bisschen zu groß war deswegen muss hat es ein bisschen hoch und runter gebogen und so muss der antenneanschluss kaputt gegangen sein guter hat 140 euro gekostet haben wir direkt mit der karte dazu gekauft da gehen wir morgen in shop ich habe den morgen noch und tauschen den erst mal um und dann muss ich gucken ob ich einen anderen router nehme oder mir einen adapter hole der das möglich macht dass man dieses kabel von der antenne anschließt ja für ich bin generell unzufrieden mit der luftzirkulation im dachstuhl weil die dämmung teilweise auch vor diese luftschlitze gedrückt haben deswegen muss ich jetzt heute abend noch mal hoch und muss die dämmung vor allen luftschlitzen wegziehen weil ich das gefühl habe die luftzirkulation im dachstuhl ist zu schlecht da sind manche nägel schon verrostet und an manchen stellen ist wie so ein weißer schimmer über den brettern ich weiß nicht ob das salzausbeutung ausbeulungen sind oder ob das schon schimmel ist ich weiß es nicht auf jeder muss ich dafür eine bessere luftzirkulation sorgen und habe mir sowieso überlegt heute hatte ich einen geistesblitz beim autofahren dass ich das mit dem dachstuhl ausbauen doch noch mal ganz ganz anders mache so dass die gefahr für wasserschaden und für schimmel am geringsten ist das werde ich euch allerdings am computer zeigen weil es ein bisschen komplizierter ist nur schmutzig berlin ich möchte nicht so dass ich nicht so schnell gut Penzi es kann natürlich auch wenn es mal wieder auch nicht so gut ich habe meine Schmerzen töne hängt auch nicht so gut ich bin mir ich habe auch eine der Töne, ich habe auch noch mal ich habe die Töne und wichtig war ich habe eine sehr große Das ist der erste Mal. so sieht nun das werk aus ich bin zufrieden dafür dass wir für diese konstruktion jetzt 5 latten 25 euro ausgegeben haben die plane gab es glaube ich für zehn euro mal in so einem sonderposten ist halt super dünn und die wird auch nicht lange überleben aber die ist halt riesig und hat super wenig gekostet ihr wundert euch nicht dass es die doppelt umgeschlagen dass das dach ist eigentlich darüber also wir haben gefälle von ungefähr auf drei meter ungefähr 20 zentimeter ich denke das reicht das normaler regen abläuft klar ist die gefahr groß dass jetzt hier in so großen räumen eine pfütze entsteht wo das runter drückt aber hier muss man halt regelmäßig rauf und dann das hoch schlagen so das ist jetzt kein großes ding wichtig ist erstmal dass ich jetzt hier ungefähr vier also vier mal vier meter vier mal vier meter fünfzig arbeitsfläche habe die ich richtig dreckig machen kann hier kann ich sägen hier habe ich platz hier steht nichts im weg und ich denke mal auch dass die terrasse man sieht ja hier zum beispiel den unterschied von nass zu trocken ich denke mal auch dass die feuchtigkeit sich jetzt im mittelbereich zurückziehen wird und die terrasse dadurch auch ein bisschen trocknet nicht dass es irgendwie wichtig wäre weil die im sommer sowieso weg kommt daher hier unser schlafzimmer dann ist mit hier in die richtung glas panorama zum wald da sind übrigens die hunde ich würde sagen eigentlich wohl musste ich heute noch einiges im dachstuhl und auf dem dach machen aber das sind einfach minus ein grad oder null grad man sieht auch schon taubasser setzt sich hier an krass wie schnell das geht ich würde sagen ich mache morgen erst weiter und für heute reicht das so liebe leute wir haben es heute donnerstag ende november ende januar das bedeutet heute müsste eigentlich ich glaube tag 23 in schweden sein die letzten tage mal ein bisschen weniger aufgenommen bzw gar nicht ja weil es ist jetzt nicht so viel spannendes passiert klar wir haben wir große schritte gemacht aber ich werde es ja auch nicht jeden furz aufnehmen ich habe stromleitungen verlegt die letzten tage eine stromleitung in meinem büro über den dachstuhl in meinem büro dass mein büro eine eigene sicherung hat und dann habe ich drei stromkabel ins badezimmer gelegt 1 für den trockner 1 für die waschmaschine und 1 für die generelle elektronik im bad denn es kam jetzt mein paket aus deutschland an wo die ganzen fittinge drin sind für die mehrschicht verbundrohre und jetzt warte ich halt nur noch auf das mehrschicht verbundrohr das habe ich mir hier im amazon se bestellt also schwedisches amazon und versandzeit war angekündigt mit ein bis zwei wochen es sind jetzt inzwischen glaube ich zwei wochen tatsächlich heute und ich habe jetzt mal gemerkt das wurde aus italien verschickt deswegen dauert das so lange und das soll jetzt auf jeden fall heute oder morgen noch ankommen bin mal gespannt weil dann kann ich endlich mit dem badezimmer anfangen das ist natürlich ein riesen projekt wahrscheinlich sogar das größte projekt aktuell aber das ist ein anderes thema neben den leitungen die ich verlegt habe war mein anderes großes projekt was ich gestern abgeschlossen habe und zwar habe ich einen holz ein holzlager gebaut ein holzunterstand wie man es auch immer nennen will das habe ich in kompletter eigenkonstruktion kreiert und gebaut hauptsächlich mit holz was wir noch hatten die zwei langen balken auf dem boden die sind imprägniert die hatte ich aus dem bauhaus gekauft und die vier säulen habe ich auch aus dem bauhaus geholt den rest also natürlich diese metalldinger da im boden das holz hier oben das hat mir noch im dachstuhl rumliegen damit ist auch unsere decke aktuell gemacht und dann habe ich einfach hier so wie so eine art unterspannbahn drüber geworfen damit das holz das ist halt nicht imprägniert das holz im dach da gerade das ist nicht imprägniert deswegen habe ich da die unterspannbahn drüber gemacht aber ich glaube selbst bei imprägnierten holz jetzt hätte es sich gelohnt eine unterspannbahn drüber zu machen ja war alles gar nicht so einfach habe da gestern im dunkeln angefangen es war super nebelig weil wir tauwetter haben und ja da war wie lange habe ich hier dran gesessen inklusive zurecht sägen und montieren wahrscheinlich vier stunden fünf stunden aber ich bin sehr zufrieden es sieht auch relativ gut aus vor allem wenn es dann erstmal mit holz gefüllt ist ich habe mir danach denn direkt noch hier so zwei tothölzer aus dem wald geholt die ich jetzt gleich zersägen und zerhacken werde dann kann ich schon mal anfangen bisschen zu stapeln und dann muss man mal gucken so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020